Wir sind Forscher und Entdecker. Wir sind das Österreichische Weltraumforum. Unsere Organisation beschäftigt sich mit Themen wie Raumfahrt, bemannte Erkundung des roten Planeten Mars, aber auch zum Beispiel der Suche nach Leben außerhalb der Erde. Unsere Analogastronautinnen und Astronauten, die simulieren in Mars-ähnlichen Umgebungen auf der Erde, wie man eines Tages in 20, 30 Jahren auf den roten Planeten zum Beispiel nach Lebensspuren suchen kann. Eine dieser Analogastronautinnen, die hat eine Nachricht für Sie. Ich bin Dr. Carmen Köhler und ich bin Analogastronautin beim Österreichischen Weltraumforum. Wenn ihr Interesse habt an Raumfahrt, wenn ihr Interesse habt Neues zu erforschen, dann habe ich eine Botschaft für euch. Verfolgt eure Ziele und lebt eure Träume. Wir vom Österreichischen Weltraumforum finden die Initiative Die Astronautin eine tolle Sache und wir unterstützen das. Wir vom USA im Team. Das ist eine Aufnahme. Untertitelung des ZDF, 2020